so hi und hallo mal wieder ja ihr habt richtig gelesen und ja ihr seht richtig das brandneue und aktuelle playmobil mobile magazine nummer 19 für fünf euro ist da hey ich freue mich und dann wieder mit so einem ritter römer gefährt sieht witzig aus und ihr wisst eigentlich dass ich playmobil drinne ab und zu von mobile moors und sowas packe ich immer einen aus den piraten oder ritter diesen werde ich gleich auch auspacken und dann zeige ich euch den natürlich vielleicht habt ihr ja los dazu und wie gesagt er hängt an das neue mobile magazine nummer 19 dran für fünf euro so ich bin ja nicht so der playmobil fan oder sonst was aber trotzdem schreibt ihm in die kommentare wie ihr ihn findet was ihr davon haltet und seid ihr sammler habt ihm schon kennt ihr die ganzen geschichten habt ihr alle figuren davon weil im moment habe ich ja alle also alle figuren habe ich ja weil ich alle magazine angeboxt habe und die sind auch mega cool auch angeboxt und ihr seht die comic beilage ist ziemlich witzig mein zauberer magier da ist er ein poster ein würfelspiel hier ist der zauberer oder magier und hier ja die waren richtig cool davon habe ich ja sehr viele von diesen leuchtenden knochen gerüstet skelette die fand ich wirklich gut ich weiß zwar nicht was ich damit mache aber ich habe davon sehr viele der ein oder andere kennt es ja aber auch hier werde ich natürlich irgendetwas von playmobil mobile unter das video verlinken sicher bequem und günstig auf jeden fall zack 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 rätsel spaß natürlich auch dabei auflösung rätsel jahres abo und nächstes mal haben wir wieder ein ritter so ähnlich hatten wir schon mal ja und es gab ja mal von mobile monster ritter der zum cooles leuchtende schwer zu feuerschwert habe ich natürlich weggenommen hat war wie eine lego figur sieht cool aus aber nichtsdestotrotz ist das jetzt das brandneue und aktuelle mobile magazine nummer 19 jetzt packen uns mal diesen heiligen aus der sein umwesen treibt ja ist selten ich weiß aber ab und zu kann man da ruhig welche auspacken alle oder nee da ist eine kette drin ist die klein das ist ja wirklich kettchen aber nichts zu trotz jetzt gucken wir uns immer an ihr seht zwei gesichter kommen die so rüber die haare wollen nicht ab jetzt wollen wir zwei gesichter einmal so rum einmal so rum dann haben wir hier das ist bestimmt eine kanone packen wir seine haare wieder drauf klick so dann natürlich sein helm sieht uhrig aus mit dem helm hat was dann sein staf so und da kommt jetzt die kleine kette dran ist aber auch klein die mitte zu eingehakt und da kommt dann hier seht ihr das da ist ein gesicht drauf da erst warum so und das will ich jetzt hier nicht so einfummeln da kommt erstmal noch rum die haken die müssten da so rein also ist ziemlich viel bastelarbeiten dazu aber trotzdem figur ist nicht schlecht schönen druck wie ich finde ihr schreibt mir natürlich eure meinung eure kommentare dazu ich werde natürlich irgendetwas von playmobil mobile unter das video verlinken sicher bequem und günstig auf jeden fall ihr schreibt mir jetzt eure meinung eure kommentare wie ihr die figur findet habt ihr sie schon all das aber das wichtig ist natürlich bleibt gesund ihr und eure familien und dann wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu ab und wie ab ab